Ja, geh, geh. Ein bisschen inaktives Rap. Na, es fördert ordentliches Gameplay. Denn bei dieser Seite habt ihr die Möglichkeit, an verschiedenen Challenges dran teilzunehmen. Einige sind dabei for free, bei anderen müsst ihr einen gewissen Eintritt zahlen. Naja, und Ziel dabei ist es, in dieser Competition die höchstmögliche Punktzahl zu erreichen. Naja, und derjenige, der am höchsten gesiedet ist, der kriegt dann entsprechend einen Preis. Beziehungsweise der Goldwert steigt dabei. Entscheidend ist aber hierbei, dass es ein Bewertungssystem gibt. Das bedeutet, wenn ihr Kills macht, Double-Kills, Quadra-Kills oder Assists generiert, dann bekommt ihr Bonus-Punkte. Aber euch werden natürlich auch Punkte abgezogen, wenn ihr reinfeedet. Das ist der Punkt, den ich persönlich sehr wichtig finde, okay? Spielt ordentlich und ihr werdet belohnt. Naja, Fakt ist nun, dass es sehr viele Challenges gibt und auch die Möglichkeit, euren Account abzugraben, damit ihr an mehr Challenges dran teilnehmen könnt oder die Möglichkeit habt, sogenannte Gems auszugeben. Denn diese sorgen dafür, dass ihr pro Challenge einfach mehr Gold ausgeschüttet bekommt. Das Ganze kann mit Echtgeld getan werden, muss es aber nicht, Leute. Muss es nicht. Gut, wählen wir also einen Challenge aus, denn heute wollen wir Support spielen. Denn ich war lange nicht mehr im Ranked. Also los! Ich sage mal so, man kann mehrere Games machen. So, meine Damen, ich habe jetzt Verstärkung geholt. Hallo! Maxim spielt Farahri, Jannah besser als Kutscher. Was muss ich machen? Du drückst E auf mich und dann stellst du dich an den Turret. Geil, das ist gar nicht voll gut. Hilfst du dem Jungler? Klar, gerne. Ja, aber du brauchst mir einen Leash hier, wir machen das Easy Peasy alleine. Hey, willst du mal? Komm. Achso, du bist es. Dir ist doch alles gut. Ja, nach diesem perfekten Level-Age. Oh, der Proto hat gar keinen Leash hier. Leit bewegt er nicht, Jan. Ich habe ja gar keinen Mahler mehr. Ich spiele jetzt einfach Trabi-Jannah, okay? Hier, Carnage, Junge. Carnage. Oh, der ist raus. Ich habe noch ein Schild. Oh, shit. Okay, reden wir nicht drüber. Oh, du bist ein Schwein. Ja, ich bin Jannah! Oh mein Gott, nein! Das ist mein Schild hat gerade wieder getan. Alter, das habe ich völlig überbordet. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Oh mein Gott, wo tickst du? Ich bin dran. Tut mir leid. Ich habe mein W noch nicht geskillt. So, kann ich jetzt gehen? Oh, ich bin der Mann hier liegen. Ist gar nichts. Wirst du Ferrari-Jannah, oder? Die kennt dich kein Witz. Ich kenne dich keine Pace, oder was? Bin ich hier Rally-Jannah, oder was? Ich bin einfach nur... Einfach nur australischer Trucker-Fahrer-Jannah. Ja. Ich konnte mir kein normales Game aufnehmen, Alter. Warte, ich sehe schon wieder nichts. Oh, shit. Nein, nein, nein. Huuu. Was probiert der denn da mit dem B eigentlich? Was machst du denn hier, Alter? Was machst du denn? Oh, was mach ich denn? Oh, nee, nee. Ich bin, ich bin, ich bin Jannah. Alles, alles gut. Oh, ich habe kein Flash mehr. Ich habe sie offensiv genutzt. Alter, ich bin richtig gut. Ferrari-Ink, Junge. Alter, der Bait. Der Bait ist wieder... Der Must-Dop-Baiter hier. Ja, man kann es lohnen sich selbst. Los, jetzt. Ich nehme den Schild und exeküte ihn. Oder der steht im Push. Der wartet doch, doch. Der ist, der hat Bock. Ja, ich bin Assist-Jannah. Alter, wir sind so gut. Wir haben die Läden völlig gestompt. Ich bin 50 erst hinter einem S. Hier ist es, Alter. Aber ich bin kein Tornado jetzt. Sonst weinen. Er wird Trucker-Chana. Grauer Star-Sivir. Ich check alles weg und du kannst nicht lasten. Oh, ist das schön. Nein, du bleibst. Alter, es geht nicht mehr. Irgendwann gibt es nicht Grenzen. Du bleibst, du bleibst. Nein. Jetzt gehe ich auf K. Ich gehe auf K. Oh, Mann. Ich bin Assist-Jannah. Der Assist-Jannah ist einfach... Ich meine, ich habe ja nicht mal gut gefahren. Oh, der Baum, der Baum, Junge, der Baum. Boah, der hat mich fokussiert. Ich habe in 5 Sekunden erst drin. Okay, du machst auf jeden Fall krasse Sachen. Wie lang sind 5 Sekunden? Sehr lang. Die Beben ist ja lang. Wow, 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 wow. Ich habe Beine mit Wirbelsturm getötet, by the way. Wir sind freezing, ja, ne? Ja, guck dir das an, wie kalt das hier ist. Du hast ihn wirklich getroffen. Oh, oh. Das ist Achilles. Er will uns schon wieder ganken. Ich puste, ich puste so krass. Oh, ich bin müde. Ich bin müde. Bleib bei mir, bleib bei mir. Oh, der Baum. Oh, no, no. Geh weg von mir. Oh, Alter, ich kann nicht. Best Gang ever. Ich sage mal, ich habe schon wieder 0 Major Stacks. Es ist ein Kommen und Nehmen. Oh, das wird ja auch so schnell. Oh, oh, mein Gott, du. Geben wir einfach mal, wie du willst. Ja, ich dachte, wieso machen wir das? Aber guck. Ich habe so Angst vor ihm. Aber wir müssen zusammenbleiben, theoretisch, oder? Das wäre eigentlich ganz gut. Ja, in der Theorie wäre das auch so eine Überlegung. In der Praxis lässt sich das leider nicht mit mir feiern. In der Praxis hat er nur Frozen Heart. Oh, der hat das Stundenglas wiederholt. Was ist das für ein Arsch, Alter? Ja, ja. Denkst du dir so? Was ist denn los? Ist das dein Ernst? Alles klar, Pateon. Geh da einfach mal rein, Junge. Geh da rein. Oh, du brauchst mehr HP. Niemand braucht mehr HP. Lass mich in Ruhe, Mann. No! Oh, mein Gott. Oh, die Münze. Alter, ihr fliegt aus 1000 Kilometer die Münze hinterher. Hast du das gesehen? Das war einfach nur die Mutti, die einfach zur alten Stelle rennt. Mein Sohn, du hast dein Geld vergessen. Da kommt ein Baum, da kommt ein richtig mies gelaunter Baum. Oh mein Gott, thank you. Renn, mein Sohn. Ja, du kannst gritten, ja nicht. Oh, der ist dumm. Hier, so. Okay, den töten mal, den töten mal. Ja, ja, ich muss außen rumlaufen, ich bin dumm. Du musst zu mir kommen. Ach man, du bist ja wirklich völlig ausdumm. Nein, ich bin Maxim. Geh mit dir den Zist. Ja, cool, alles gut. Und wenn du jetzt umdrehen willst, exhaust dich. Hier, nehm den Wirbelspucke. Du bist halt echt. Oh, der ist ein fucking Stundenglas, Alter. Oh, Fiat. Er hat uns, nee, dich nur. Oh, der hat uns verletzt. Wart, was sehe ich da? Was siehst du? Exhaust-Radio, ja. Ey, warte mal, mit sowas hat niemand gerechnet. Also, ich meine, was ist da passiert? Oh man, der Baum, der Baum ist so wütend. Oh. Was heißt, warum hat der jetzt geflasht? Will der wirklich mich da? Ich bin Ferrari, ich weiß nicht. Ich hab Speed angemacht, ob der wird's noch nicht sehen. Oh man, hier ist überall Todeszone. Oh, du bist ein Support. Oh, schade, ich bin Sivir. Das war eine Warte, wo ich mir durchge... ...durchgeladet. Alter, S-, Leute. So, Leute, mit Jana, wie ihr sehen könnt, Platz 4 lief ein kleines bisschen besser. Gege... Dank mir! Oh nein! 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 Nein!